Ich habe auch die Möglichkeit, dass diese Kohlenstoffverbindung auch an einem anderen Ort, also in einer anderen Milchstraße, bereits sehr viel länger existiert und dass auch sehr viel höher entwickelte Lebewesen da draußen uns anschauen, in einem Fernseher, so wie wir Dancing Stars schauen, schauen die uns zu und beschließen irgendwann uns abzuschaffen, weil sie den Planeten Erde für etwas anderes brauchen. Oder auch die Wahrscheinlichkeit von einem Asteroiden, der so ähnlich wie einer vor 15 Millionen Jahren, der die Dinosaurier dann zum Aussterben gebracht hat, wieder mal ungefähr so groß wie das Haus gegenüber von uns, Brautmode und so, würde aber so viel Staub aufwirbeln, dass dieser Staub von diesen Ziegeln und von den Brautmoden die Atmosphäre verdunkeln würde und dadurch das Klima so stark verändern würde, dass wir nicht mehr weiterleben könnten. Niemand von uns. Würde relativ schnell gehen. Oder auch eine diplomatische Verstimmung zwischen USA und uns und Pakistan und Tel Aviv und Teheran und Bagdad, die zu mehreren nuklearen Angriffen führt. Oder auch in einem Labor in Texas, wo verschiedene Genkombinationen manipuliert werden, kann es manchmal zu Irrtümern kommen. Weil da auch Praktikantinnen arbeiten und es wird ein Gen freigesetzt, das unseren Schluckreflex und Kaureflex deaktiviert. Und wir erstellen.